Wir befinden uns in Altbach. Dort sind wir alle mit worden zu einem Gebäudebrand, der heute Morgen stattgefunden hat. Es war noch unklar, ob das Gebäude abgestützt werden muss oder abgetragen werden muss. Da kam um 12 Uhr gegen der Fachberateralarm für das Technische Hilfswerk durch die Leitstätte Esslingen alarmiert worden. Die Leitstätte Esslingen alarmiert dann einen zuständigen Fachberater aus dem Landkreis Esslingen. Von den drei Ortsverbänden gibt es pro Ortsverband jeweils einen Fachberater. Und dieser führt dann die Einsatzstelle an, ist dann der Ansprechpartner für die Feuerwehr und wird weitere Vorschläge einbringen, wie das THW bei diesem Einsatz unterstützen kann. Das THW hat auch sogenannte Baufachberater zur Verfügung, die dann die Statik von dem Gebäude beurteilen können und auch hier Empfehlungen für die Anforderer aussprechen können. Das Gebäude gilt als extrem einschlussgefährdet. Momentan wird mit dem Bagger das Gebäude eingerissen und wird bis aufs Erdgeschoss abgetragen. Ich denke mal, noch so gut 1 bis 2 Stunden wird es andauern, bis das Gebäude abgetragen ist. Momentan sind wir im Einsatz mit zwei Kräften aus dem Ortsverband Ostfildern, drei Kräfte vom Technischen Hilfswerk aus Kirchheim und es waren noch drei Kräfte von Ludwigsburg mit dem Baufachberater vor Ort.